Am Dom 5, da wo Bremen ganz Bremen ist. Zweiter Montag des Monats. Die Dom-Glocken schlagen sieben. Joe Fix für den Clubabend Hotspot Finance des Alster Business Clubs in der Havanna Lounge Bremen. Da wo das Herz von Business und Unternehmertum schlägt. Initiator Ulf Überscher zum Konzept des Abends. Das Besondere ist halt an dem Hotspot Finance, dass ich versuche alle Bereiche des Themas Finanzen zu beleuchten. Das fängt an bei der Altersvorsorge, geht hin über Gesundheitssicherung bis hin zur Geldanlage und zur Vermögensnachfolge. In vielen Jahren meiner internationalen Erfahrung konnte ich viele interessante Leute kennenlernen, die alle gern bereit sind hier zu referieren zu den Themen, weil vielen dieser Leute liegt dieses Thema genauso am Herzen wie mir auch. Was den Gästen eine Anreise von weit her wert ist. Beim Hotspot Finance gefällt mir ganz besonders, dass es um Finanzen geht, um nachhaltige Themen. Es geht um Geldanlagen, was muss ich tun für meine Pflegeversicherung. Und deshalb komme ich gerne zum Alster Business Club Hotspot Finance. Doch damit nicht genug. Bei einem erlesenen Imbiss haben Gäste im Anschluss Gelegenheit neue Geschäftskontakte zu knüpfen. Auch Nicht-Mitglieder des Alster Business Clubs sind herzlich willkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017